Wir wollen die längste, die höchste, die beste. Wasserrutsche der Welt bauen. Unterlage für unsere Wasserrutsche? Sand. Und den schönsten gibt es hier in der Oberpfalz am Monte Caolino. Hier entsteht Sand als Abfallprodukt beim Tagebau. Er ist so fein, dass fast alle deutschen Beachvolleyballplätze ihn von hier holen. Und das ist unser Bautrupp. Sie wollen in den nächsten zwei Tagen die längste und höchste Wasserrutsche der Welt bauen. Funda van Rooij, Galileo-Reporterin, rutschenerprobt. Wird sie den Höllenritt wagen? Jens Scherer, rutschenweltmeister. Er weiß, wie eine richtige Rutsche aussehen muss. Und Wolfgang Schwarz, er ist Herr des Sandbergs. Wir müssen die längste Wasserrutsche der Welt bauen. Die Frage ist, wie lang ist jetzt die längste? Die aktuelle Längste ist 276 Meter, steht in Italien. Wie lang sind wir hier? Ja, hier wären wir ungefähr 280, 285 Meter lang. Okay, cool, das reicht. Dann die höchste Rutsche der Welt ist im Moment 49,9 in Brasilien. Wie hoch sind wir denn hier? Ja, die Sandaufschüttung haben wir ungefähr 120, 125 Meter. Was genaueres weiß man nicht. Also mindestens 120 haben wir. Okay, dann haben wir auf jeden Fall die Höhe, die Länge. Doch was ist mit dem Gefälle des Sandbergs? Es ist für die Länge wahnsinnig steil. Also 50 Meter steil ist ja kein Problem, aber 280 Meter bei dem Gefälle, aua ja, das geht ab. Das Gefälle ist nicht ohne. 33 Grad ist der Berg steil. Kaum eine Weltcup-Skiabfahrt ist steiler. Und woraus wird die Rutsche gebaut? Diese Folienrutschen gibt es in jedem Spielzeugladen. Einfach an den Gartenschlauch anschließen und drüber rutschen. Über den Gartenschlauch läuft Wasser in die seitlichen Taschen. Hier sind kleine Löcher, durch die Wasser auf die Folie spritzt. Durch den Wasserfilm verringert sich die Reibung und Wunder kann rutschen. Und wie gut funktioniert das System? Au, das brennt. Au! Also der Sand muss auf jeden Fall weg. Der Sand auf der Bahn erhöht die Reibung wieder. Er bremst und brennt und... Das ist zu klein so. Wir müssen es richtig gut abspannen, das darf sich nicht so zusammenrumpeln. Ja, also zwei nebeneinander und dann müsste das auf jeden Fall gehen. Wir halten die zwei Folien nebeneinander. Die Lösung mit wasserfestem Gewebeband. Damit Wunder in der Spur bleibt, graben die beiden eine Ringe. Die Seitenränder müssen mindestens 40 Zentimeter hoch sein. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass Wunder seitlich aus der Bahn hinaus schießt. Noch anschließen? Und dann... Juhu! Au! Au, mir brennt so der Hintern. Die Kuhle ist super, die Breite finde ich auch genial. Aber ich sag dir eins, von 200 Metern oder mehr rutsche ich nicht mit dem Bikini, da brauche ich eine Hose. Vortests in klein abgeschlossen, jetzt geht's an den Aufbau in groß. Heißt für Wunder und Jens, 100 Folienrutschen zusammenkleben. Hilfe bekommen sie vom Freizeitpark. Am Monte Caolino kann man normalerweise Sandski fahren. Darum gibt's sogar einen Pistenboulé. Entscheidend, die genaue Vorbereitung. Sie müssen alle 100 Wasserrutschen passgenau zusammenkleben. Nichts darf überstehen, damit beim Rutschen nichts am Rücken reicht. Nach den 100 Bahnen die nächste Aufgabe. Die Rinne auf einer Länge von 280 Metern bauen. Dabei hilft der Pistenboulé. Doch er ist nicht genau genug. Wir ziehen uns jetzt gerade die Gerade runter, damit wir später die richtige Falllinie haben. Damit wir in einer Linie runterkommen und das Ganze einigermaßen gut ausschauen. Denn in Kurven würden Fliehkräfte wirken und einen Körper seitlich raustragen. Aus dem weichen Sand können die Wände nicht hoch genug gebaut werden, um das auszugleichen. Darum muss Funder in einer Geraden runterrutschen. Um die Falllinie zu bestimmen, fährt Jens mit einem Schlitten den Berg herunter. Ich denke, es funktioniert ganz gut. Für mich wichtig ist dann auch noch der Auslauf. Und das sieht jetzt ganz gut aus, finde ich. Das wird... Der Auslauf ist 40 Meter lang und hat kein Gefälle. Hier sammelt sich das Wasser und wird Funder abbremsen. Eine Bahn nur aus Kinderrutschen, wie man sie in jedem Spielzeugladen kaufen kann. Zusammengeklebt auf 280 Meter. Zur Befestigung Heringe. Sie müssen 40 Zentimeter lang sein. Im weichen Sandboden hält sonst die Verankerung nicht und alles reißt raus. Die Arbeit geht gut voran. Nach ein paar Stunden haben sie schon 80 Meter Strecke. Sie trotzen allen Widrigkeiten und schaffen es. Knapp 100 Spielzeugwasserrutschen bilden die 280 Meter lange Bahn. Geschafft! Die letzte Rutsche der Welt. Jetzt müssen wir die nur noch runterrutschen. Aber nicht von ganz oben. Ich würde ganz gerne so... Ja, ab dem dritten Reifen würde ich ganz gerne rutschen. Reifen markieren die Streckenabschnitte. Der Auslauf ist fast 40 Meter lang und 20 bis 30 Zentimeter tief mit Wasser gefüllt. Platz genug für Funder, um abzubremsen. Funder will für den Vorversuch 100 Meter weit rutschen. Die erste Runde würde ich versuchen, mal möglichst im Sitzen runter zu gehen. Weil da immer noch so viel Sand drauf ist, sonst schaust du gleich den Rücken auf. Okay, also im Sitzen. Die Beine irgendwie in einer bestimmten Position. Ich trecke die Beine aus, dass du eine Führung hast. Weil viel Glück. Ich trage nicht. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Drei, zwei, go! Halt ab! Das ist genial! Also dafür, dass selbst gebaut ist, es ist so genial. Und aua, ist schon holprig, es tut weh. Aber ich muss jetzt da rauf und da ganz hoch rauf. Beim ersten Versuch erreicht Funder 30 Kilometer pro Stunde. Das hat nichts mehr mit Kinderspielzeug zu tun. Wie wird das wohl auf der ganzen Strecke? Für den Weltrekordversuch auf der längsten Wasserrutsche braucht Funder schützende Kleidung. So, bist du bereit? Ich bin so verrückt, dass ich diesen Wahnsinn mache. Absolut. Aber ich sage dir eins, wenn du das ab der Mitte gemacht hättest, dann hättest du auch so Lust drauf gekriegt. Ja, du wolltest ja unbedingt vor mir. Also, wenn du so bescheuert bist, dann hau rein. Ich erwarte dich unten. Viel Spaß! Unten erwartet Funder außerdem ein Team der Wasserwacht. Die ausgebildeten Rettungssanitäter sind für jede Eventualität gerüstet. Beim ersten Lauf ist alles gut gegangen. Doch hier handelt es sich um ein Experiment. Es ist wahnsinnig hoch hier. Ich war noch nie auf so einer Höhe. In einer selbstgebauten Wasserrutsche war ich auch noch nie. Und ich habe Angst. Das ist das Einzige, was ich gerade sagen kann. Ich habe wirklich Angst davor. Es gibt viele Dinge, die hier passieren können. Aber ich bin zumindest mit einem doppelten Neoprenanzug geschützt. Start frei für die längste Wasserrutsche der Welt. Der Start sieht gut aus. Aber der Sandboden ist nicht ganz glatt. Das Rutschen wird zur Halperpartie. Doch immerhin ist es nur Sand. Kein fester Erdboden. Das Rutschen wird zur Halperpartie. Das war das krasseste Erlebnis, ich komme nicht mehr hoch, das heftigste Erlebnis, was ich je hatte und das verrückteste und ich würde es nie wieder machen, aber geil, ich habe es getan. Die längste Wassermutter der Welt!